Willkommen Leute zum neuen One on One. Dieses Mal mit Links Crossport Trading. Und mein Gegner wird sein, mein lieber kleiner Bruder, der... Fleddy! Lange war ich weg, aber ich hab gedacht, jawolle, der kriegt seine Abos, der kriegt seine Klicks. Da muss ich wieder mal dabei sein. Da müssen wir den Fleddy mal wieder ins Boot holen. Auf jeden Fall. Ah, mal vier. Ich war irgendwann richtig scheiße. Das ist so richtig scheiße. Yes! Das ist der mehr tot. Nein! Das ist meine Runde! Ich hab gewonnen! Ach Gott! Wie man sieht, die Kombos zu halten, ist doch... Ne, auch... Sehr schwer. Ne, eigentlich... Es geht. Laufen und Schießen bin ich ja nicht gerade. Das Lustige ist, es sind genau, auf einen Punkt genau, 10.000 mehr wie ich. Krass! Ich hatte 9.523. Viel wichtiger ist, halte die Kombos. Egal was du tust, halte die Kombos, sonst verlierst du. Was hast du denn jetzt mit dem Scheißproblem? Ah, an die Punkte! Das war mit dem Sinn. Kein Bock, hab ich keinen Bock drauf. Es ist halt kein Lammertschuh, ne? Es ist kein Lammertschuh und hast also keinen Bock drauf. Ja. Komm, stirbt! Nein! Ey, vielleicht verkackst du es. 6.880! Boah, was? Das ist doch nie wahr! Stell dir einfach vor, das Gewehr ist eine Verkürzung deines Gegliedes. Und dann läuft das. Ja gut, grösstentechnisch ist das schon kleiner. Natürlich. Boah, Alter, das Ding ist schon so verschwitzt. Der tut jetzt so, als ob ich hier eine Schwitzende wäre. Ich hab mich gerade auf seinen Stuhl gesetzt. Und ey, der Stuhl ist in Flammen. Also der Stuhl geht noch bei dir. Ja, kannst mal sehen. Das war nichts. Das könnte ein weiterer Punkt für Fleddy sein. Wird das hier noch knapp? Ey, mach mir keine Angst. Ich hab keinen Bock darauf, dass das hier knapp wird. Äh. Scheiße. Nee! Was? Das war ein Treffer wegen der Tür, die hat den Bock gebracht. So, kack mal. Du bist doch dumm, wie kann man so dumm sein? Ich hab gehofft, dass ich nur Gold. Richtig. Auch wenn ich gerade sehr weit weg bin, aber ich komme mir näher. An das Mikro und auch an die Punkte. Bitte. Kann man denn so scheiße sein? 42.988, huuuh. Das ist Silber. Scheiße. Ich seh ein Problem. Scheiße. Boah, das ist immer so knapp, ey. Der macht das so knapp, dass ich echt glaube, der verkackt. 104.000 Punkte. Boah, ey. Krass halt. Krass. Also von daher, wie willst du das verkacken? Ein Oliver Kahn. Der macht das. Ist das so? Ja. Nein. Scheiße, da hatte ich die Kombo verkackt. Da hatte ich die Kombo verkackt. Sowas hatte ich gar nicht. Oh nein! Nein!